Hallo Community und willkommen zurück. Grounded, unser Spiel und mit dabei ist der Marcel. Hallo Marcel. Hallo. Ja und heute haben wir auch ziemlich viel vor und dementsprechend sollten wir jetzt gleich mal anfangen. Und in dem Falle wäre das, was ich euch zeigen will, unbedingt. Der Tropfensammler, den haben wir ja letztes Mal gebaut und auch das Dürrgestell, wie das Ganze funktioniert, gleich direkt nachdem wir hier, ups, einmal geschlafen haben. Denn über Nacht sollte da jetzt eigentlich was dran sein. Mal gucken, ob das geklappt hat. Naja, das sieht nicht so aus. Schade, schade. Doch, da ist was. Ja, ein Tropfen haben wir. Ah, ein Tropfen haben wir schon mal. Soll ich den trinken? Ja. Ich habe gewonnen. Okay, da ist noch einer. Ich habe nicht fest. Wo ist? Nix da. Gut, ja, was haben wir noch so vor? Wir brauchen. Was soll das denn? Okay, gut, dann geht's los. Wir brauchen nämlich schon wieder einen, wie heißt es, Bomadierkäfer. Ja, kommst du mit? Kommst du, kommst du. Ja, kommst du. Und dann aber irgendjemand hat mal wieder was vergessen. Was habe ich denn vergessen? Wie sieht dein Hunger aus? Och, nur ja, es geht. Nö, geht so. Sehen bleiben. Okay. Nee, ich habe Essen bei. Okay, okay, okay. Na, ne, 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 ne. Na, 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 komm. Okay. Einer ist hinten runtergefallen. Perflixt. Oder? Das sah doch so aus. Ah, da ist er. Schwupps. Und dann sollte jetzt das Ganze vielleicht auch noch gegessen werden. Ah, wo ist es? Wo ist es? Ah ja. Wo ist es? Was hast du mir denn rübergegeben gehabt? Ach ja, ich habe es alles klar. Fast verbrauchen hier. Und nehmen wir am besten gleich beide. So, und damit es hier nicht langweilig wird, legen wir doch gleich mal los. Denn beim letzten Mal hatten wir ja den Bombardierkäfer entsprechend uns geholt. Allerdings normalerweise sind dort zwei. Und ja, wir versuchen mal zu, ja, zu dem zweiten zu kommen. Letzte ja heute da. Denn ein Respawn dürfte wahrscheinlich nicht da sein. Das heißt also, dass beide da sind. Aber mal gucken. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, das wäre toll. Sollte ich nebenbei hier vielleicht auch noch mal ein paar Rosenblätter mitnehmen? Ich glaube schon, oder? Also Pflanzenfaser auf jeden Fall. So. So. Haben wir hier noch. Ja. Die Ratschpinne ist natürlich auch schon mal da. Die spawnt natürlich irgendwie schneller. Ja. Das war schon was Gutes. Wenn die da ist, eventuell auch unsere Bombardier. Ja. Okay. Da stehst du schon wieder an der falschen Seite. Nee, die kamen ja auch noch dazu. Das war ja noch die. Wir sind doch hier hinten. Wir sind doch hier hinten lang gelaufen. Ja, aber es kam bei der letzten Folge auch von rechts die ganzen Spinnen an. Ja gut, aber hier hinten müsste jetzt eigentlich die Luft sein. Dann spawnen die gar nicht so häufig nach. Sehr schön. Oh, Keuler haben wir draußen. Geh du mal vor. Ja. Weil es ja Mut wird belohnt. Ja, da, da. Was, was, wo? Ach da. Ja. Nein. Hey Schnecke, komm her. Hol den Feed. Achso. Hol den Feed. Nee. So, wollen wir mal schauen hier. Da oben anzugreifen war nicht ganz so clever. Und bitte dieses Mal nicht in der 40 stehen. Der kann sich doch nicht mal wehren. Also das war schon sehr. Der macht gar nichts heute. Das ist ja cool. Einfach nur weggestorben. Nice. Oh, oh, oh. Dann wird man noch einen Brocken bekommen. Na, das ist natürlich weniger. Okay. Dann. Du sagst, es gibt noch irgendwo eine Stelle, wo möglicherweise einer ist. Richtig. Und zwar war das in der Nähe von dem Laser, wo es in der Höhle reingeht für Quazit. Ja. Da waren Steine und. Warte mal, dann gehen wir doch hier lang. Da war auf jeden Fall ein großer Stein, ähnlich wie hier. Ja. Und da geht auch eine Höhle rein. Okay. Und da sollte einer rumlaufen. Okay. Moment, komme ich da vielleicht auch durch? Nee, leider nicht. Nee. Das wird nichts. Sicher, dass du da lang willst. Wieso? Nicht? Ach so. Weil du sagst, es beim Laser. Ja, aber das ist Mücken. Ja. Ach ja, und Quazit brauchten wir ja auch noch genau. Dann sind wir ja sowieso im Laser. Perfekt. Ja. Sag schon da. Ja, nee, ist klar. Wir haben es alle gesehen. Nein. Wen habe ich denn jetzt wieder aufgescheucht hier? Oh, da stecken wir so viele. Ja. Schnell weg. Schnell. Lauf. Hubs oder Bubs. Lauf, lauf, lauf. Ich bin schon weg. Ja, ja, ich sehe das. Hey, ich bin ein paar Meter hinter dir. Nein, Zentimeter. Acht Zentimeter. Und da ist noch was. Nein, die Lava hast du aber geweckt. Bin ich mir sicher. Ich kriege so eine. Nee. Ja, nee, ist klar. Weil zuerst wurde, dass ich mich. Nein, ist ja weg. Ich will den auch noch mal mit. Ja. Ja. Das ist ja seltsam. Was? Ähm. Also, das, also Klee, habe ich noch nicht im Wasser gesehen. Naja, okay. Egal, ist überschwemmtes Gebiet. Ja. Wenn man davon ausgehen würde, die Pfütze ist irgendwann weg, dann würde ich sagen, ja. Weil eigentlich ist es ja nur eine Pfütze, ist ja kein Teich oder sowas. Ja, wir haben ja noch keine Jahreszeiten. Ja. Na, komm. Ich will die machen wollen. War das dich hier in der Nähe? Ähm, die Stil, ne, die Stil, was sagt mir das? Ich hole mir ein paar drohen. Ja, hier ist es. Ah, nein. Los, Piet, hoch da. Ah, ja. Oh, da hätten Sie sich ein. Nicht hauen, nehmen. Äh, ich bin gerade in der Ich-Perspektive, drum sehe ich das nicht, was du meinst. Na, komm, klapp ich mir ein Bomber. Ja, nein, ich meine, wo du meinst, also wo du den gesehen hast. So, komm ich auch noch mehr dran? Genau, bei dir in der Nähe. Theoretisch komme ich doch auch in die anderen auch ran. Bei mir in der Nähe? Sehr schön. Ich sehe, na sogar. Sehr nah? Ja, verdammt nah. Okay, aber zufälligerweise schon mal aus Frust vorher gestorben ist er noch nicht, oder? Ne. Nein, die kommt gleich, stirb. Na gut, dann komme ich eben nicht dran. Okay. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wo du bist. Wo bist du denn? So, und währendbei hat die Community schon gesehen, dass du wieder dreimal an mir vorbeigeguckt hast. Echt? Meinst du? Ja. Ich sehe das im Bullen. Wo bist du? Uah. Guckst du hier? Oh, was? Ich sehe das im Bullen nicht. Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach rechts. Das war links. Also von mir meinst du? Ja. Von dir aus noch. Jetzt trete ich mal um. Ach, da. No, mit Absicht hast du das gemacht. Mit Absicht. Mit Recht. Ja. So, da unten. Wie, was? Wo? Wo bist du? Ach, da. Wie, Moment. So, am Berg ist das gar nicht so angenehm, muss ich sagen. Du hast mich fast totgeschlagen. Naja, ich habe auch, glaube ich, ziemlich oft den Stein hier geschlagen. Ja. Wenn ich es geholfen hätte, aber... Nö, ist leider nur Kiesel hier. So, jetzt haben wir vier. Sehr schön. Oh, nein, 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 nein. Ich habe keine Lust auf den. Uah. Autsch. Naja, Hubs ohne Bubz hilft dir mal wieder. Naja, sehr gut. Okay, da ist noch was zu trinken. Ja. Auf geht. Nice and clean. Und ja, vorne hatte ich auch ziemlich viele gesehen. Du brauchst bestimmt auch was, oder? Lass uns trinken. Oh. Hilft auf jeden Fall. So, hier habe ich mindestens schon mal zwei. Welcher ist es? Welcher Stängel? Der. Der. Plups. Hier unten ist er am Stein. Hol ihn dir. Und den auch noch. Habe ich. Okay, das war noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, weg. So. Huch, ist das eine Gartenschaufel? So für Beete. Na, auch schön. Da wirst du voll gegengelaufen. Ja. Im Augenwinkel habe ich es eben noch zum Schluss gesehen, als es gespritzt hat. Ja. Ah, warte mal, Leser, Quazit. Quazit, Quazit. Der schon wieder hier. Oh, komm. Moment, Karte gucken. Nein, Karte. Okay, da haben wir einen Leser. Das müsste der hier bei mir sein. Jetzt müsste. Da, wo du stehst? Ja. Da, wo du stehst, ist doch jetzt momentan eigentlich noch nichts. Die Leser sind doch ganz woanders. Nö, also genau vor mir ist ein Leser. Rüß. Ja. Sag mal, wo stehst du schon wieder? Ach da. Hier. Ja. Und schon wieder ein paar Milben. Ne, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ah, sagst du nicht hier, die Pilze, die kann ich jetzt auch umpacken? Ja. Super. Gute Idee. Das machen wir doch. Ähm. Moment, meine neue Axt, die habe ich noch gar nicht im Inventar. Halt, falsch. Irgendwann, das ist der falsche Leser, wie es aussieht. Ja. Gut. Der falsche? Ja. Das ist natürlich nicht schön. So, ich suche gerade den nächsten. Nein, ausrüsten. Ich habe vergessen auszurüsten. Dann haben wir ja auch gleich wieder was zum Analysieren, wie cool. Also Fliegenpilze sind ja normalerweise nicht essbar, also wenn Kinder zu gucken und die sehen, wie wir sowas essen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, lass das lieber. Denn ich vermute mal, die kann man hier essen. Ja. So, jetzt habe ich den, der direkt neben mir lag, nicht gleich aufgenommen. Das muss dann nochmal hoch. Das ist dann nicht ganz so realistisch, finde ich nicht gut. Die anderen Pilze, lasse ich da stehen, die brauche ich nicht. Aber hier haben wir gleich mal ein Analysegerät. Der Gerät. Ich muss auf den Scanner Analysegerät draufklicken, damit das registriert ist. Ja, aber den Fliegenpilze, den kann ich gar nicht analysieren. Merkwürdigkeit, würdig. Oh, eine Kassette haben wir hier unten noch. So. Oh. Ich habe gedacht, das in Cirkels für Tage jetzt, und ich komme zu einer Entscheidung. Es ist Zeit, um die Spacer-Developung zu starten. Ominent kann nicht glauben, aber ich weiß, dass es ein Potenzial ist. Aber ich muss herausfinden, wie zu retten Schrank-Objekte, zu ihrer originalen Größe. Oh, was ist los? Du bist draußen? Hallo? Bist du geflogen? Ich hoffe, die Aufnahme ist in Ordnung. Ja, muss. Jetzt habe ich zwar ein bisschen zwischengequatscht, während hier uns das erzählt wurde, aber egal, was soll's. Deswegen fange ich auch ruhig. Ja. Okay. Nein, okay, das meine ich nicht. Ja, warum konnten wir überhaupt noch reden? Ja, wir sind nicht über Grounded, dass wir sprechen, also verbunden, sondern über Discord. Also kommt auch auf unseren Discord. Da könnt ihr auch dann beitreten, wenn ihr wollt. Also dem Spiel zum Beispiel, wenn wir spielen, kein Problem. Und... Ist übrigens unter dem Video verlinkt, könnt ihr also entsprechen. Entsprechend jederzeit dazukommen. Und wo wollte ich jetzt nochmal hin? Was war denn das? Ach ja, zum Leser. So, da ist der Leser, ist das der richtige gute Frage? Denn wir brauchen den, wo das Kabel kaputt gewesen ist. Richtig, also hoffentlich der, wo ich das gerade bin. Wieso macht das eigentlich mit der Axt? Naja, egal. Dann tun wir doch mal fixen. Ja. Wie bitte? Was war das? Na, ich hoffe, das ist der, wo ich gerade bin. Gut, dann muss ich dich jetzt wieder suchen. Such, 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 such. Sag mal, seht ihr das auch? Also irgendwie... Ach, da hinten ist er. Da. Ja, hier sind Funken. Also bin ich vorrichtig. Was funken? Der dürfte auch gar nicht funken. Das Kabel ist er kaputt. Ich muss essen. Wieso muss ich jetzt essen? Nein. Der normale Mensch hat nach einer gewissen Zeit der Anstrengung Hunger. Ja, aber ich hatte noch vorhin... Ach, ja, ich habe mich darauf geachtet, wie viel. Okay. War vielleicht nicht ganz so clever. Moment, für unterwegs. Da unten sind Pilze. Ja. Die sind bestimmt erstbar. Die nehme ich. Und da hinten sehe ich noch mehr. Sehr gut. Okay, hier ist wieder irgendwas in der Nähe. Oh, was Neues. Suche auf hier, du kleine Spinne, du. Au. Deine Maus wird man doch ganz gewaltig. Gepäck ist voll. Na, schade. Ne, das ist meine Tastatur. Ach so, die Tastatur ist... Naja. Wieso habe ich mir eigentlich Sorgen gemacht über das Essen? Ich habe doch was dabei. Zwar nicht viel, aber ich habe... Okay. Eine Made zu holen macht jetzt keinen Sinn, obwohl ich hier die Chance hätte, weil... Doch. Macht wohl Sinn. Du sagst, was? Nein, falsch. Da. Bis. So. Denn die Schaufel habe ich ja schon repariert. Hä? Kommt schon. Sehr gut. Ah. Nein. Gut. Haben wir auch. Weil für irgendwas brauchen wir bestimmt die Madenhaut. Wir haben eine Höhle und ich vermute mal, das ist keine gute Höhle. Oder? Kleine Spinnen. Naja. Die weißen? Ja. Okay. Die sind noch okay. Die giften nicht. So. Inventar. Wo ist meine Fackel? Da. Ja, die Fackel wird mir nicht lange helfen. Leider. Wo bin ich denn hier? Boah, wie sieht das hier aus? Alles voller Spinnen. Pure Wissenschaft. Na, das kommt schon weiter. 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 Ja, okay. Dann muss ich dich wohl hauen da unten. Nein. Nein. Sagt mir doch, dass wir Wollspinnen sind. Nein. Ich wollte reifen, wo du bist. Oh nein. Super. Ja, das ist es wohl gewesen. Ich komme hier nicht raus. Hilfst mich auf. Dieser Typ, ne, Leute? Junge, Junge, Junge. Alles klar. Die pure Wissenschaft dort hinten, die hat so gelockt. Ich wollte die unbedingt haben. Und aufpassen, die Spinne ist hier am Pennen. Was meinst du, schaffst du das noch? Du bist da in eine Höhle rein, oder? Ja. Na, toll. Ich kann nicht, ich kann meine Brot. 10, 9. Das ist natürlich sehr schön, äh, unschön. Aber wollte man nicht, wenn ich eine Wollspinne sowieso irgendwie mal töten? War gar nicht was? Weil damit wir immun werden? Arsch, tot. Na gut. Ja, aber so wird das nicht. Du bist gut. Wo bin ich hier? Äh? Dieser Nahkampf braucht mir die Dinger nicht. Warum sieht das hier so seltsam dunkel aus? Das ist alles total dunkel hier. Hä? Ja. Bist du? Ich bin jetzt momentan am Camp. Aber sowas von finster. Ich kann hier überhaupt nichts sehen. Ich komme mal kurz zu dir. Ja, ist es bei dir hell oder nicht? Ja, bei mir ist dunkel. Finster. Der mal zwar ein bisschen, aber sonst? Nee, ich sehe nichts. Ich sehe so gar nichts irgendwie. Ähm. Ja, idealerweise, weiß ich nicht. Aber man muss eigentlich mal das Spiel neu laden. Oder kurz Escape, äh, Gamma hoch runterstellen. Meinst du? Ich denke mal, das ist irgendwie durch die Höhle. Hm, möglich. Ja. Oder ist das ein neuer Grafiktreiber? So, 55. Äh, dann stellen wir da mal dahin. Und wieder zurück. Na, komm. Ja. Okay. Nein, hat sich nichts geändert. Komm, ein bisschen. Okay, ich bin gleich da, denn dann können wir neu starten. Ja. Und gerne hier in der Bildnis wieder zurückkommen. Okay. Okay. Ich möchte allerdings jetzt nicht minutenlang, ah, da bist du rumstehen. So, du bist immer noch dunkelbar hier? Ja, finster. Finster kannst du ja nachher angucken. Ja, mach ich ja eh. Komm, das ist hier. Ähm, auch wenn es falsch klingt. Dann muss ich aber trotzdem erstmal speichern, würde ich sagen. Achso, du machst ja am Zelt, ne? Wie bitte? Machst du ja am Zelt, oder? Nee, ich bin jetzt hier, bitte in der Nähe, wo du bist. Ja, dann komm in die Dose. Wieso? Ja, falls du das Spiel neu startest und eine Spinne bei dir hast. Nee, 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 hier dürfte ich nicht sein. Äh, fortfahren, ja. Okay. Na gut, auch nicht schlecht. Dann seht ihr übrigens gleich, wie das hier mit dem, ähm, fortfahren. Wie das funktioniert, na, kein Passwort. Und, ja, ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten. Obwohl, das ist auch keine schlechte Idee. Vielleicht habe ich einen Speicherstand in der Nähe. Aha. So, dann suchen wir mal den Piet aus. Und ich denke mal, du kannst inzwischen dazutreten, äh, dazukommen. So. Wir müssten ja so beide hier vorne an einer Dose sein. Äh, ja. Ja, genau. Ist nur die Frage, ob das Problem jetzt wird. Ja, ist beseitigt. Ja. Okay, super. Haben wir das auch gleich hingekriegt. Ähm, und den Rucksack noch holen. Oh, wie schade. Das Ding ist immer noch abgehalten. Okay. Ich laufe, laufe. Ich packe den Lugman fix weg und dann können wir deinen Rucksack holen. Nur, ich bin auch schon mal auf dem Weg. Ähm, rund 270 Zentimeter noch. Naja, jetzt natürlich weniger. Hast du getrunken und gegessen? Nein, noch nicht. Aber ich sehe gerade einen Truppen, den hole ich mir noch schnell. Ja, Plutsch. Da ist er. Da ist er. Denn Essen habe ich ja in der Tasche. Ups. Au. Muss ich natürlich die Höhle finden, um an den Rucksack zu kommen. Was? Die soll ich ganz auch nicht. Die ist leichter finden. Ja, das sagst du. Wenn du auf der Karte guckst. Du hast ja schon ein Jahr hier auf der Karte verbracht. Oh, laufe, lass mich in Ruhm. Du bist aber auf einem guten Weg dahin. Das ist schon nicht schlecht. Gut zu wissen. Aber ich bin noch nicht durch so viel trockenes Gras gelaufen, oder? So, 21 Grad zieht. War ich so tief in der Höhle? Da ist auf jeden Fall noch eine Dose. Irgendwo hier muss doch das Ding sein. Na, komm schon. Wo ist der Eingang? Hm. Wo habe ich bloß den Eingang gefunden? Ich gucke mal, wo du bist. Ja. Stopp. Ich drehe die mal ein bisschen nach rechts. Wie weit nach rechts? So 45 Grad. Also von da, wo ich eigentlich gestanden habe. So, jetzt ein Stück nach links. Ja. Ich guck mal jetzt, wo du guckst. Das war rechts. Nein, nach links habe ich mich gedreht. Echt? Von mir bist du ein Stück nur weiter nach rechts gegangen. Und mal, wo du jetzt bist. Dann guck hier nach rechts. Jetzt drehe ich um. Ja. Genau. Geradeaus. Und dann siehst du rechts eigentlich schon das weiße Holz. Und dann musst du unten runter. Da ist schon wieder... Nein. Dicke Fett ist weiter. Ja, eine Spinnerrente auch. Die würde ich gerne auslassen. So, was ist das dicke Holz? Ah, ja, das dicke Holz. Da war ja was. Ja. Genau hier hinten. Und wo habe ich das Ding noch gefunden? So, es haben wir sieben Brocken. Wo war das doch gleich. Nein. Wie, der hat vorhin nicht gemerkt. Ich muss mir das auf der Karte angucken. Denn wie ihr merkt, das ist ja unglaublich. Ich glaube, der Marcel wohnt schon hier. Er wohnt hier. Unfassbar. Gibt es doch gar nicht. Ich habe hier einen Riesen-Wolken-Palazzo. Was? Ich habe hier einen Riesen-Wolken-Palazzo gebaut. Okay. Aber guck doch nochmal auf der Karte. Ich habe mir das so gar nicht gemerkt. Ich wollte ja eigentlich nur kurz rein und wieder raus. Hinter mir. Ja, das ist ein großes, weißes Brett. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Ja, da musst du drunter. Ach, da drunter war das. Ja, habe ich gesagt. Drunter. Okay. Und du musst. Tatsächlich. Ja, 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 ja. Alles klar. So, und damit ich das auch wieder finde, gucke ich mir das auf der Karte auch mal an. Ach, das ist das Brett. Ah, alles klar. Ja. Ah, nee. Jetzt. So, jetzt habe ich natürlich noch nicht mal. Weder irgendwas zum Hauen, noch dass ich, egal wie, irgendwie muss ich hier wieder rauskommen. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Komm, nimm. Nimm. Ja. Und jetzt raus hier. Egal, ich kriege keine Hauhe. Ist mir egal. Lauf. So. Oh, krass. Oh, krass. Muss ich natürlich hier irgendwie rauskommen, ohne dass mich die winzige Spinne kaputt macht. Du bist ja wohl nicht mal keine Spinne kaputt machen lassen. Nee, ich hoffe nicht. Also ist das der Weg. Gut. Oh, voll Spinne. Was? Also nicht bei mir. Nee, nee, bei mir in einer Dose. Okay. So, erstmal fix was essen hier und die Keule schon mal rausholen. Aber ich glaube, hat ein Stress. Die ist auf dem Weg zu dir. Wer hat auch was? Echt jetzt? Ja, die ist in deine Richtung. Okay. Wenn ich das mal jetzt so gucke, wo du stehst. Okay. Ich laufe noch Richtung Ameisenhügel. Nein. 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 Nicht ganz. Wir müssen noch zum Leser. Oder hast du... Ähm... Hast du mir nicht zugehört? Ich habe 21 Quadratmeter nach Hause gemacht. Ach so. Okay. Du bist also schon an der Base. Nee, ich war gerade hier. Ich wollte dir helfen. Weil jemand schon wieder gestorben ist. Ja. Fairerweise wegen letztes Mal musste ich doch auch mal den Counter hochsetzen. Und das natürlich entsprechend an einer Wolfspinne. Ton und Lied auf Mal. Ja, Mal. Ja. Ein Marienkäfer. Brauchen wir den? Ja, klar. Außerdem wollten wir noch Marienkäferrüstung bauen. Richtig. Umso mehr Schutz, umso besser. Das ist auch richtig. Hier mal. Zack, zack. Sind es dunkel. Pops. Halt bewährte Technik. Treib den. Was ist das? Nein. Ich habe... weg hier zu spät ja du hast recht die ist so fast in meiner nähe gewesen also das wie ungelegen kam das jetzt nein deswegen ich habe weder gesehen noch gehört in irgendeiner form man hört sie eigentlich am gras wenn die da kommen aber nein 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 und noch mal nein aber ich bin am leser deswegen sagt ja wenn es dunkel ist schlafen gehen würde aber nur helfen wenn ich schnell aufgebaut hätte 8 9 10 5 4 3 ja das wird okay dann würde ich sagen ab in die base natürlich ja 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 du bist gerade ein paar zentimeter vor mir auch was denn hier schweißt ja jetzt auch gerne meine runde sind ja auch tropfen tatsächlich hier sind tropfen das war das was ich jetzt mal erzählt hat durch trinken gerade aus den augen verloren das ganze hier hier hängt überall wasser und ich brauche es gerade nicht und die trinkflasche ausbauen will ich gerade nicht ich weiß aber ein bisschen mehr dabei zu haben ist ja vielleicht auch nicht verkehrt also das hier finde ich ja den krassesten back überhaupt also durch ein stein eine made naja oder lauf er ist ja nicht wirklich im bank ja doch also dass das finde ich das ist nicht richtig das geht gar nicht aber ich bin ja nicht hier um bach zu suchen also von daher so wie sieht es aus erst mal noch essen hier ja aber am durch stellen auf was dran für das fertig sein könnte ja ja im grill ist ja auch noch was ich muss sich heute wieder hauen aber ich kann sich aufnehmen doch ja aber genau warum ist es eigentlich wenn wir jetzt schlafen weil das vielleicht gar nicht so schlecht ist wirst du später sehen ich habe nämlich kaum noch ja es sah schlecht aus gut ja weil nach dem schlafen ist so er ist essen erst essen erst essen erst essen dann trinken warum aus welchem grund hast du nicht gesehen dass deine durst gerade runter gehen was beim essen wieso esse ich jetzt zwei also community ne bitte in den kommentaren wie schlecht so ein ding habe ich irgendwie okay ist nichts drin alles klar immer noch nicht so ganz raus wie der funktioniert ja ansonsten würde ich sagen dann machen wir beim nächsten mal weiter vergesst ein aber nicht dann kriegt ihr mit wann das nächste mal losgeht und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss